Vielen Dank für die Nominierungen zur Ice Bucket Challenge. Wir, die Grafikbude der G-Data Software AG, nehmen die Herausforderung hiermit an. Und weil es ja um eine gute Sache geht, unterstützen wir die WGM, die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, mit einer kleinen Spende. Okay, alle Pixelschubser und Vektor-Büger stehen bereit. So, das ist der Eimer. Da ist viel Eis drin. Und das ist der Norbert. Der hat den eiskalten Blick. Der Vollstrecker. Das ist der Eimer. 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 Da ist der Eimer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.